Hä? Oh, der hat den schon abgeschossen. Ich dachte, ich warte jetzt gemütlich, bis er vor das Verratenkreuz läuft. Ah, sind wir in der einen Seite sind zu fertig. Jetzt noch die Seite. Ich sehe euch. Alter, warum ist der nicht gestorben? Alter, hast du ein Problem mit mir? Ja, ich sehe den nicht. Wie soll ich ihn bitte töten? Ja, ist halt der auch voll Pferde. Der steht halt hinter dem Stein. Ja, genau. Das ist ja super. Ich meine, hallo. Was soll ich bitte machen, wenn der hinter dem Stein steht? Würde ich einen Stein schießen oder was? Durch den Virus war der? Ach, keine Ahnung. Groß genug. Jetzt darf ich das also nochmal machen, ne? Ja, super. Geil. Hey, ohne Witz. Hätten sie den Stein nicht einfach wegmachen können? Ich meine, die wissen doch, dass, äh, dass man den beschützen muss. Und der Typ stellt sich genau hinter den Stein. Genau da, wo ich ihn nicht sehen kann. Wo ich genau nicht die Gegner sehen kann, wenn sie ihn angreifen. Ist doch unglaublich. Mein Gott. Jetzt los, behält euch, faulen Säcke. Oh, ich dachte, er rennt weiter. Ich werde jetzt einfach Schüsse spammen, zielen, scheiß drauf. Ich treffe eh nicht. Ich sage es ja pesticides darauf. Was ist in Zah~? Aha. Okay. Hä? Na ja. Schon wieder der Typ hinterm Stein. So, diesmal können sie mich aber mal. Ja, wow. Jetzt hab er sich jetzt vor wegen einem Gegner verkackt. Wegen einem Gegner, der sich nicht treffen lassen hat. Ey, unglaublich. Wer Mitglieder der Widerstandsbewegung oder anderen Gegnern der Regierung Unterschlupfhilfe oder anderer Unterstützung gewährt, fürstößt nicht nur die Gesetze, sondern auch gegen jegliche Moral. Das verschweigen. Hm. Das heißt, ich darf wieder mit dem Scharfschützengewehr irgendwelche Leute decken. So, mal sehen, wo denn die ersten Leute kommen. So, mal sehen wir. So. 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 was die letzte so na gut jetzt ist er nur noch ein am leben ah da hm ah nice hat zwar nur einer überlebt aber es kann mir eigentlich egal sein wieder scharf schützen na egal es macht ja auch irgendwie ein bisschen fun ach man naja ich hab sie eigentlich auch drauf angelegt die mission gerade zu verkacken aber war lustig das miese ist die brauchen zwei headshots zum sterben weil ihre helme jetzt aushalten jetzt jetzt würde ich mich aber jetzt würde mich aber was interessieren dann ich hab ihn ja nicht getötet weil die mission ist noch nicht gescheitert oh oh verdammt geht auch ich dachte ich könnte ihnen jetzt einfach schon mal die helme runterschießen damit ich es danach übelst leicht habe weil ich nur einmal headshotten muss naja naja ok war wohl nix da muss ich wohl jetzt tatsächlich geduldig sein das ist ja echt wie viel uhr ist schon mein telefon ist schon wieder aus ja genau und jetzt kann ich die uhrzeit nicht sehen weil da steht eine neue nachricht interessiert mich doch nicht ah so jetzt die 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 So. Ah, da war doch irgendwo die dann Scharfschütze. Na. 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 Ja, genau. Wie oft kann der bitte hintereinander schießen? So ein toller Sniper gewerd ich auch gerne. Dann werd ich am Arsch, die scheiß Säcke. Okay. Okay. Äh, das ist also jetzt eine Quest, die ist da schon mal dazu gekommen zu meiner Questliste. So. Jetzt haben wir die hier. Ja, das ist die Hauptquest glaube ich. Ne. Machen wir einfach mal die. Die haben wir als allererstes angenommen. So. Ist mir doch voll Wurst. So. 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 So.